über 23 1 20 und schon übergeben wird hier auf YouTube-Kanal ja sie wollen ein Survival Games Video ja natürlich so fort um ja hier gibt es mal die Gäste Survival Games Zoll Games 4 hier sind wir um endlich mal wieder also naja so lange ist ja noch nicht her um wir haben jetzt auch bei Hearthstone Hearthstone Videos gab es jetzt schon bisschen länger nicht mehr einfach oder ich weiß nicht wie lange war es denn? 2 Tage? 3 Tage? 4 Tage? ich weiß es nicht genau auf jeden Fall sorry für das es war so ähm dass übereinstimmende Inhalte da waren von einem Video von einem Let's Random und deswegen ist es halt jetzt so dass wir erst uns ne Lizenz holen mussten und einfach halt nachfragen mussten ob wir das spielen also let's playen dürfen ähm haben wir auch auf Twitter von Hearthstone.de ne Antwort bekommen freut mich sehr, danke auf jeden Fall ähm lol wie ich einfach mal ewig langsam alles rausnehme und trotzdem alles bekomme ich will aus meine aus der war jetzt nicht so der Pro glaube ich den haben wir ja schön Steinschwert auch gleich noch haben wir schon einen Kopf, oh Goldkopf hätten wir auch gehabt dann tun wir den nochmal kurz weg so, jetzt haben wir alles perfekt da mal sehen ob wir im Hangar auch noch ein bisschen was finden oder ob da jemand ist vielleicht ja dann schnetzeln wir ihn jo und ich habe jetzt gerade eben wieder wirklich sehr viel Motivation auf Aufnehmen einfach ähm weil es mir zur Zeit wieder richtig Spaß macht einfach alles für YouTube so die Community einfach ähm noch kommt keiner so machen wir mal kurz zu und hopp die brauchen wir nicht weizen können wir auch wow da ist TT das sind Leute ist das ein Team? ja nein da hinten ist noch jemand nein was? was da feck? ähm ja verfolgen sich einfach mal alle so ein bisschen so ein bisschen ich geh einfach mal wieder weg wow alter kurz essen wir haben ja noch ein bisschen wir haben ja noch ein bisschen oh Freunde natürlich ist ja klar ist doch klar alter wie ich ihn nicht wer kommt da noch mit alter und wie einfach alle Leute hier sind so geil ganz doch da oben ist auch noch einer vielleicht schätzen wir einfach mal den Team hey hat der keine Waffe hier Goldschwert einfach mal so nur kurz gegen das Team achso nur kurz gegen das andere Team ähm wo ist denn das jetzt hin immer also wenn ich team wenn ihr mich trefft und ich teamen will merkt euch gleich mal es ist nur für ein Team immer ähm ich werde ihn jetzt natürlich nicht gleich töten aber wow aber eher mich genau klar ernsthaft I swear sorry ja klar ich hab gedacht du wärst der andere ja wer's glaubt alter ich bin grundsätzlich nicht so dass ich die Leute jetzt einfach mal klingelt aber alter was ist denn das soll mal voll drauf gehen und weiter und weiter und weiter noch schlagen während ich wegrennen bisschen wo so und den haben wir danke läuft der soweit ganz gut haben wir irgendwie noch ach cool so aber anderes essen leider nicht mehr wieviel Weizen haben wir auch naja wie geht's ne wie geht's ne wie geht's dann craften wir uns vielleicht einfach mal kurz am Spawn rote aber bei dem anderen nimm ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal in 8 soweit ich nehme sie rein nicht weg ich sag's euch mal ähm ich will nicht mit ihm teamen wieder und dann wird's am Ende doch nix also halt dann während der Verfolgungsjagd noch auf das Team war der ne ja verfolgen sich ok ah der angebliche teammate ich würde ihm jetzt einfach gern mal nicht helfen aber ich will einfach paar Kills deswegen hole ich mir auf jeden Fall den einen und den anderen mal sehen je nachdem wie er sich noch so entpuppt sobald er mich noch einmal schlägt ist er sofort down so fach ist der dann down der kommt doch zu mir wo wo hin und Juli wir spielen näher zum tnt was war denn das für ein tnt ich bin jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg so fühle sich als würde ich gleich tot sein durchs tnt nice den haben wir mal achso hä wieso sage ich denn den haben wir und kein anderer ist da. Oben? Ne. Schade eigentlich. Wo ist denn unser angeblicher Freund? Ich finde es sogar besser, wenn er jetzt einfach nicht da ist. Oh, okay. Und ich gebe ihm sicher keine Items. Er hat ein Holzschwert nixerweise. So, und jetzt mache ich einfach mal No. I don't team now with you. Go. Go Hawaii. Danke für die chestplate. Okay, ja, dann kille ich ihn. Wenn er es sagt. Was? 183 Punkte, was will der eigentlich? Hä? Wie kommt der an seine Punkte? Wenn er sich einfach mal killen lässt? Von mir? Loll. Ernsthaft? Ernsthaft. Wie viele Leute sind noch da? Fünf. Okay. Ja, wir werden jetzt mal ganz chillig-willig weiter killen. Wo sind die Leute? Die restlichen Leute. Ich suche Leute. Mal sehen hier Richtung... Bahnhilfen. Das ist der Bahnhilfen. Hey, spielen wir an der Fünf, genau. Wow. Hä, ist dann die Maus unterschiedlich? Ne, nach oben. Äh, sieht nur komisch aus. Why? Ne, komm, wir spielen wieder ganz normal. Nicht, dass wir doch noch verkacken. Der Akon-Stip, okay. Ich kenne nur der Akon-Stip, der ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Nur dieses Zweiten Akon-St. Und, da und. Die nerven mich, ehrlich gesagt, teilweise schon. Undo und zweite Akons. Ich weiß nicht, wieso. Einfach um den besseren Namen zu haben. Das verstehe ich für... ...irgendwas like a YouTube. Oder sowas. Okay, die gehen noch zum Enchanten. Dann will ich sie nicht stören. Ach Gott, das ist jetzt ein Team und ich muss... Okay, dann gehe ich doch noch drauf. Wenn ich mal den schon schaffen würde. Alter, Hacker oder was? Wow, ja klar. Läuft bei dem. Ja, klar. Schnell das Finale anschauen. Ja, wie seht ihr das, Alter? Keiner kann so... Nein, Alter. Ich bin mir relativ sicher. Relativ sicher. Dass dies ein Aim-Bot war. Weil... Ach, schon wieder SG4. Nein, nicht gleich schon wieder. Da muss schon eine Pause dazwischen sein. Ja, komm, Survival Games 1. Scramble. So, vote. 4 war's, oder? Ja, 4. Survival Games 1 finde ich echt... ...mittlerwelle ist sehr nice, ...de merken, wenn man die Route kennt. Einfach, es ist total easy, wirklich. Ähm, als Team erst recht. Alleine geht's auch so. Einigermaßen. Ähm... Ja, nice, Survival Games 1. Hey! Und... Ich team eben... immer nur dann, wenn ich gegen Team spielen muss. Also habt ihr grad gesehen, und dann schreibe ich halt oft. Meistens nicht mehr, dass ich jetzt nicht mit Team... Äh, aber ich kill sie nicht einfach so. Also das auf jeden Fall nicht. Äh, im Osten geht die Sonne auf. Ja, genau. Ich seh, ey. Ich weiß gar nicht, wie's machen. Soll ich's machen? Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Was haltet ihr denn von diesen zweiten Accounts die ganze Zeit von den Pros? Einfach nur, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Wenn ihr Gründe wisst, könnt ihr sie kennen in die Kommentare schreiben. Oder auch, wenn ihr selbst so einen zweiten Account habt. Ähm... Könnt ihr mir gerne euren Account schreiben. Warum? Weil... Ich durchcheck das nicht so ganz, ich durchcheck das. Nee, ich durchcheck das nicht. Ähm... Für einen anderen Namen ja, aber die meisten nennen sich ja dann genauso. Entweder ihre alten Accounts werden gebahnt, und deswegen können sie nicht mehr spielen. Oder was? Was ist das denn los? Nein, wir gehen direkt. Über den Sohlensand. Ich nenne ihn immer Sohlensand. Ich weiß auch nicht, wieso. Zack, das ist ja wohl ein Brand, ne? Und go. Schön an dieser halben Falle vorbei. Hier irgendwo sollte es sein. Wahrscheinlich hier drunter, oder? Ja. Na, uah, ich will doch nicht an diese Lianen. Ist hier unten irgendeine Truhe? Nein. Dann gehen wir mal aufs Schiff. Hinter uns ist keiner soweit erstmal. Boah, geil sind wir echt geil. Alter! Mal sehen, was hier unten... Alter, Schiff. Seht euch das mal an! Schnell! Das ist ja nicht... So, da kommen schon die ersten Leute. Kriegen die sich? Alter, so weit hoch wollte ich ja gar nicht. Kommt nur hier hin. Alter, und... Es sind sogar relativ wenig drungen gespawnden, nur da unten halt, die ganzen. Mal sehen, was wir hier noch haben. Suppenschüssel könnte auch ganz praktisch werden. So, haben wir kurz sortiert. Ah, da ist auch noch was. Haben wir noch was entdeckt! Stickys sind immer ganz nice. Immerhin haben wir ein Steinschwert, das ist auf jeden Fall ganz nice. Bei SG-1 vor allem. Weil man da eben sonst nicht so ein vorhanden Schwert kommt. Aber besser bei Rüstung, wie das heißt. Weil... Vier Rüstungsbalken ist... Sagen wir mal unterdurchschnittlich. Ach, Pilze. Und jetzt gehe ich irgendwie dahinten, da wo das Team vielleicht dann hingegangen ist. Oder vielleicht überrascht es mich jetzt auch einfach nur, und ich bin tot. Oh, hey. Da ist das Team. Nein! Nicht einfach mal so. Grundsätzlich team ich nicht einfach mal so ein Wolleblock, okay? Die Tiere schnavoliere ich mir kurz. Enchanter ist zwar unwichtig, aber... Also, XP meine ich halt. Aber das Essen habe ich trotzdem einfach aus Gewohnheiten einfach mal nach. Typisch, ne? Auf jeden Fall diese zweiten Accounts von den ganzen... Ich verstehe es einfach nicht. Weil... Und grundsätzlich auch, warum man sich blaues Premium kauft, weist doch irgendwie nur darauf hin, dass man hackt. Und plötzlich gefasst werden könnte, und deswegen ist das Premium nicht mehr da. Der Premium-Rang. Oder Bugsjust, oder was weiß ich halt einfach. Weil man davor Angst hat. Klar, ich sag nicht, dass jetzt jeder blaue VIP oder diamant-channel VIP gleichen Hacker ist. Das ist auf keinen Fall. Alter. Willst du mich verarschen? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mist. Hat sich ja rentiert. Mal kurz in den Turm hier schauen. Manchmal waren sie echt teilweise hier, aber sie kennen halt auch nicht alles. Leute. Vor allem SG-1 spielen. Ich glaub, die Overpros spielen's gar nicht unbedingt immer. Ach, da kommt man von da rein. Ich bin ja auch so erfahren hier schon auf diesem Map. Wie ihr merkt. Ist da noch was drin? Ja, schön. Schön ist Sache. Mal schauen, dass wir nicht runterfallen irgendwie hier. Seht ihr? Es sind perfekt. Bisschen mehr Rüstung ist auch perfekt. Aber ich hab bisher noch keinen gesehen. Ist eigentlich... Hier ist oft jemand bei... Äh... Ja, vor allem bringen mir die XP-Flaschen zu viel hier, ne? Alter, drei Karotten einfach mal. Und... Ja. Leucht bei uns. Ich hätte gedacht, ich springe voll ins Wasser. Oder weil? Oder weil? Das ist gar nicht. Also... Ich springe einfach mal voll daneben. Essen haben wir immerhin. Das ist wirklich gut. Boah! So ein ganz kleiner Leg. War genau in dem Moment. Ja, komm, gehen wir daher noch kurz hin. Wenn wir schon... Das wollte ich uns sagen. Was hier noch nur was ist. Den Pils wollte ich noch. Ich hab ewig geschaut und... Weg mit dir. Schade, dass mein Item's nicht wegangeln kann. Aber ich hab's jetzt immerhin eh nicht aufgenommen. Beziehungsweise aufgenommen schon. Hihi. Nämlich mit dem Aufnahmeprogramm. Hihi. Mit dem Item-Aufnahmeprogramm. Wir haben so viel Essen in die Kuh. Lassen wir's einfach mal links liegen. Book. Sprint Book. Ich habe Sprint Book ausgenutzt. Zwar nicht zu meinem Vorteil, aber... Auf jeden Fall. Ausgenutzt. Fuck you, Soro. Hey! Sprint Book ausgenutzt. Hä? Wo geht's denn hier lang? Zum Spanen. Ich will auch nur zum Spanen. Hier, Sau sind. Das klingt doch gut. Sohlen-Sand. Was ist das? Sohlen-Sand. Wow. Seh'n mich doch nicht etwa. Ach, das ist diese Kacke. Wenn wir vom Saul sind und dann... Zwei... Blöcke hohen Spielraum hat. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Nur nichts riskieren. Ne? Nur nichts riskieren. Vielleicht gehe ich sogar wieder zum Spanen. Einfach weil ich da besser kämpfen kann. Wenn ich nur wüsste, wo dieses Spanen ist. Dieser verdammte Spanen. Hier irgendwo lang. Vielleicht. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ich weiß nicht, Licht. Wo ist der Licht? Ist der Licht? Da ist irgendwer. Sind die noch unter mir, so? Sind die gleichen? Oder waren das andere? Nein, nicht mir noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf so einen Baum. Ganz gechillt. Einfach mal hier so ganz... Ich habe jemanden mit mir geklaut. Ich habe jemanden mit mir geklaut. Sind sie zu weit? Nein! Den einen haben wir! Wo? Weeg! E-Send! Ich muss E-Send! Hä, wo ist denn der andere hin? Lol! Wir haben aber übelstviel Fallschaden gekriegt, deswegen wusste ich gar nicht, dass wir so wenig Leben haben. Der hatte doch besseren Harnisch! Hatte er nicht! Nein! Nur der andere! Schallie ist ein Dreck, so ein Schallie ist ein Dreck! Wir merken uns mal, dass in die Richtung der Spahn ist. Spahn! Ja komm, gehen wir zurück zum Spahn. Jetzt haben wir hier schon wieder ein bisschen gereckt. Läuft ganz gut heute, die Aufnahme! Nur kurz vor dem Deathmatch leider von dem Hacker ein bisschen weggekackt worden. Ich will einen besseren Harnisch! Wow! Alter, Alter! Nein! Alter! Der bugt bei mir so scheiße im Boden! Ernsthaft! Jetzt haben wir nicht getroffen, okay! Einfach mal ein bisschen weg hier! Oder so! Ein bisschen weg! Lolle! Lolle! Er hat sogar... Das ist nicht mein Rumsding! Und hier... Wow! 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 Das ist nicht gelötet! Ich hoffe einfach mal, dass ich seine Psychologie kennen... gut essen kann! Noch ein Pfeil eingedrückt und... Am besten gleich nochmal! Alter! Nice! Haben wir ihn geschnetzelt! Oh Gott! Der konnte nicht mehr regainen, oder? So, ich bin zwar reingerannt, aber vielleicht meine er hat jetzt... Also, dass ich weniger Leben hab... Der deswegen einen Vorteil hätte... Kurz Essen equipen... Hey! Der will je! Ach, der hatte nur ein Holzschwert! Gibt's uns aber trotzdem schön! Das haben wir... So mag ich's eigentlich! So ist es ja eigentlich auch gedacht! Der... Angeltrick, wie ihn manchen nennen! Wow! Wow! Alter! Wow! Wow! Ernsthaft! What the ping! Wer kommt jetzt noch da? Ja, aufeinander! Los! Ich hoffe, die sind nicht hier! Wow! Der eine ist direkt hinter mir! Jetzt nicht mehr so direkt! Wollen wir ein bisschen über die Bäume fliehen? So was ist auch nice auf SG-1 auf jeden Fall! Falls ihr mal wirklich... ganz stark fliehen müsst! Ich bin auch konzentriert! Merkt ihr sicher! Wart! Ähm... Wo ist der? Vielleicht ist er jetzt auf den... anderen Typen... So... Sind die... Meiner? Ne, die sind feiner! Hm... Hallo zurück! Leider... Ist Minecraft grad abgeschmiert? Ähm... Einfach so, ich stand hinter dem Baum... Hier... Ihr wer... Also genau da, wo die Aufnahme auch... Wahrscheinlich beendet wurde... Ähm... Hat die Aufnahme einfach mal aufgehört... Also... Aufnahme halt sowieso, weil... Minecraft abgestürzt ist... SG-1 ist es also nichts mehr passiert... Wahrscheinlich hat irgend so ein... komischer Mensch meine Punkte bekommen... Der mich davor gehittet hat... Der wird sich auch freuen... Ähm... Wie viel hab ich denn zur Zeit? Einfach mal kurz nachschauen... Ja... Jetzt wieder 7000... Hab ich davor... 7000... Fast 7500... Oder doch... Hab ich sogar... Nein... Nein... Nie... So... SG-7... Okay... Dann spielen wir halt noch eine Runde SG-7... Und... Ähm... Hoffen das... Hier nicht... Abschmiert... Die Aufnahme... Ihr... Ihr bekommt natürlich eure dritte Runde jetzt auch noch... Ähm... Was war denn eigentlich die erste Runde von einem Mac? What the map? Irgendwo... Survive Games 4... Ja klar... Das haben wir... Nicht gewonnen... Weil dann der Hacker kommt... Oder vielleicht auch nicht Hacker... Aber ich bin mir relativ sicher, weil es relativ krass danach ausgeschaut hat... Vor allem dann, wo ich spektatet habe... Und ich habe mich davor halt schon gewundert, wie er mich so oft tippen kann... Aber... Das ist halt nur noch oft... Aber wenn man es dann wirklich relativ eindeutig im Deathmatch sieht... Ihr könnt gerne mal dazu schreiben... Ob ihr meint es war ein Hacker oder nicht... SG-1 ist jetzt einfach mal in Minecraft eingeschmiert... Nice... Richtig nice... Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Ich hasse es, wenn mich jemand Richtung Eisenschwert runterhittet. Ähm. Nein. Das gibt ein Report. Das sag ich dir so. Danke. Kick for flying. Wett nicht. Hätte ich ihn doch noch einmal davor hitten sollen. Das wär lustig geworden. Auf jeden Fall. Das war jetzt geil. Irgendjemand kommt einfach mal so... ...geflogen. Wow. Was macht der? Komm ruhig hoch, mein Freund. Komm ruhig hoch. Ich hab schon saugeile Lust. Und... ...bisschen mehr Zeug als du, glaub ich. Fuck, aber ich muss... ...hier...von hier hinten weg. Dass ich... Willst du mich verarschen eigentlich? Danke. Wow, 500 Punkte, das halt. Haben mich schon gewundert. Der war nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber... Nice. Sehr nice. Das ist die Runde der Punkte. Einfach mal gekommen. Ich erzähl's jetzt die Geschichte. Das war ein anderer Typ. Ich sag jetzt nicht seinen Namen. Der ist einfach gekommen und... ...mit der Holzachse. Ich hatte Eisenschwert. Gut, ich hatte auf jeden Fall nicht so gute Rüstung. Weil die ersten Hits machen immer die Pros. Weil sie erstens einen besseren Ping haben und zweitens, ähm... ...einfach an sich halt mehr Übung haben, was weiß ich alles. Und deswegen ist es halt, das haben wir einen großen Vorteil, wenn wir schon mal viel Rüstung haben. Und wir waren ja fast so, nur dass wir Change-Ware oder so hatten und was weiß ich. Und uns fehlt ja nur noch der, äh... ...Harnisch in Eisenkommar. Eisenharnisch. Ist das ein Eisenharnisch drin? Ist das ein Eisenharnisch drin? Nee. Aber auch Essen, was ist nice? Brücken, was ist nice? Essen, was ist nice? Ich brauchte nur noch eine Angel. Brauchte ich nur noch eine Angel. Mehr brauchen wir nicht. Denn dit ist die Sache. Ähm, und unsere Videos kommen ja immer frisch auf den Tisch. Also wirklich, wir nehmen sie, also ich nehm's jetzt heute auf. Heute ist, ähm, heute ist was Winter. Mittwoch ist heute. Und morgen kommen halt dann die Videos, wir schaffen's nicht im ersten, also direkt am Tag. Weil wir halt immer in die Schule müssen und dann... Alter, hier war echt noch keiner. Das sieht man auch selten. Noch ein Eisenharnisch. Grafen wir uns ein Eisenharnisch. Einmal hab ich's geschafft, eine Eisenhose zumindest zu craften. Aber was echt was ist, ist die Erharnisch. Und ich hab auch noch nie jemanden gesehen, der einen gehabt hätte. Ist das der Typ von vorhin? Der von SG4? Ich weiß es nicht. Alter! Ja, klar. Leucht. Wer ist das? Sind sie rein oder nicht? Hier, schwer, der, klar. Ähm, okay, sie sind auf jeden Fall schon mal Team. Sind sie Pros? Ich weiß es nicht. Voll rein. Der hat doch kaum mehr Leben. So, den haben wir. Wow. Nein. Nein. Nein! Mit dem letzten Shot hat er uns noch bekommen. Alter. Zwei richtig schöne Kills haben wir gemacht. Nice. Da freu ich mich ehrlich gesagt für ihn. Also er war halt im Team. Das ist das Einzige. Aber sonst war das halt schon gemacht, dass er noch wirklich gewusst hat, ja, ich hab nicht mehr viel Leben. Und dann einen Bogen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaub, es waren ganz schöne Runden bis auf das, dass Minecraft abgestürzt ist. Aber sonst, wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und schreibt zu den Kommentaren dazu, ja, schreibt einfach neue Kommentare, ähm, was ihr so von zweiten Accounts haltet und welche Gründe es dafür geben könnte eigentlich. Ja, und dann würde ich sagen, sonst, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao!